Top Denny Schönen Glück Ja, gute Erfolg Oh, es geht los So, hallo, herzlich willkommen zu Folge Füll von Events Games, heute das EFT-Durnier, DAS EFT-Durnier Drei Raids, Customs Reserve, Factory Und wir legen direkt los Plan ist einfach Scavs töten, ich bin gut gesponsert als Scavs Girls Boah, Junge, wo es war nicht denn, alter Alter, wollt ihr mich verarschen, oder was? Ach du Scheiße, ich bin echt schnell Also mein Ziel ist einfach Scavs töten Das war schon scheiße Das war schon scheiße Das war schon Das war schon Das war schon 1, 2, 3, 2, 1 Musik 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 Bremen wird lieb! Schöne! Schöne! Ich versuche unseren Stops zu holen, also Schiffschirm auch bei Construction, ich lock mal rüber. Ja da liegt er, ne. Hä wo ist das Kevin? Ah da. Erstmal looten ey. Kleine Backup-Waffe. Ich werde die Schasse wechseln, gehen wir Richtung Schüsse. Ich werde die Schüsse. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah fuck, Digga, scheiße, das war ein Player. Fuck, mich hat Kasper geholt. Eins, Kev. Okay. 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 Ja, hier ist er! Ich bin der Mann! Geh mal, Kepke! Ach, du Kepke! Oh mein Gott! Eeeh pfff Pfff Du musst römen ihn da Ui Ach, du bist Aaaaah Aaaaah Bost, Bost, Bost Bost, Bost Bost, Bost Bost, Bost 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jangan lupa, wie viel? Du schlau, wie viel? Du schlau, wie viel? Oh mein Gott! O mein Gott! Du schlau! Schlau, wie viel? Das ist so viel. So, 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 so. Der hat was groß. Das ist so. Oh! Oh, das ist so. So, so, so. Das ist so. Ich hab den. Ah, das geht nicht. Ich kann nicht. Ich muss der hier schon. Ist der das? Oh, ist wirklich schwierig. Ich lau weg. Jetzt war ich ganz gut. Ich kann nur noch. Sich zugeben. Jetzt sind die Schmerzen. Was weiß ich immer? Ja. 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 Ach, sag'm! Ich hab relativ viel land. Jo, 16 kills. Nein, davon PMC. That is... not bad. Ich gehe direkt weiter mit der zweiten Runde. Ab gehts. Oh mein Gott, schlicht da kann ich nicht spawnen, oder? Ach du Scheiße, ich habe nicht gespawnt. Oh mein Gott, schlicht da. Oh mein Gott, schlicht da. Ich habe von Reserve gar keine Ahnung. Oh mein Gott, mein Spiegersound ist noch raus. Das ist halt kacke, Digga. Das ist halt miese Scheiße. Okay. Ich weiß so zicke wie die Map aufgebaut ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Wegen. 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 Das kann ich hier anders machen. So. Wo kann man Steps farmen? Ich hätte Reserve ein bisschen. Aber nicht wirklich gut. Ich habe das nicht mehr geholfen. Ich habe das nicht mehr geholfen. was! Ich habe das nicht gemacht. Oh. Okay. Na wo? Oh! Ich hab die gefickt! Oh mein Gott. Was mitfallen? Was mitfallen? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Oh! Bubbeboi! Ich frage jetzt jetzt, wo war das jetzt? Ah, der scheiß mich ein, Alter. Fuck, da ist Wasser. Mann, Alter. Ich hab mich so ein, Digger. Wo waren die Schüssel? Die war doch nur mir. Nein, Joder! What the fuck? Da war jemand im Wasser? Na, ich hab wieder gehabt, weil das ist unfassbar. Ja, Pia Rolle. Mann, ich hab wieder gehabt, aber ich hab wieder geflogen. Wie ist das? Ich hab wieder geflogen. Ich hab jetzt Zeit von Wasser und ich hatte die Einschränk mit dem Droll. Tuck, 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 t So ist der 50er Hallo, hallo Er hat mich auch. Ich werde, glaube ich, einfach mal rumlaufen und mich so ein bisschen daran orientieren, wo ich Schüsse höre. Ich muss hier ein bisschen kommentieren. Soll ich zu hoch gucken? Nee, ich glaube nicht. Hier ist er. Dort wird gefahren. Ich meine, hier sollte doch eigentlich Ausdruck sein. Was habe ich für einen Mund? Leul, ich habe Ruhm an. Ich habe einen Mund, ich habe einen Mund, ich habe einen Mund. da war das kacke gut das eins das ist doch so ruhig geworden die Chancen stehen gut, dass sie schon ein paar Spiele umgebracht haben da war jemand oh mein Gott, Alter oh mein Gott ah, f*** mich doch hab ich da wenigstens Damage gemacht wenn es wieder und es war, okay Swamp Ass ja, der hat mich aber auch gelasert oha er hat einfach alles getankt fast scheiß naja ja, ich hab alle voll eigentlich kann ich jetzt so strecken warte mal, eigentlich kann ich mit denen schon reden die sind alle ab oben eigentlich kann ich ja mit euch schon reden du Hurensohn was hast du, was warfst du dir hier her? Digga, ich hab den Strohm angemacht da kamen auf einmal so drei Raiders zu mir ich hab die alle gewatcht äh, ich hab die gehatcht Raider geben noch mehr Punkte, oder nicht? ja, ja, Minions geben, nee, warte Raider, nee, die Filmiens geben ich bin gerade beim Bahnhof und warte darauf so ein bisschen Raider ist so, ich hab euch alle drei geholt ja, warte, Minions geben die Filmi Raider, ja und die Raider geben sie warte mal, warte naja, jetzt lohnt ich jetzt nicht zu streamen eigentlich kann ich ja schon rausgehen ja, für die Wax beiden Punkte Junge, was ist mit ihr? wie hast du mich getötet, wo warst du? oi, warte wo ist der? da war ich war mich schwer dabei ich weiß nicht richtig geholt, ich hab gedacht du hast überlegt ich hab dich abgeknallt ich hab dich abgeknallt sah aus als wärst du weiter gelaufen weil ich hab nur noch dein Backpack gesehen aber ich dachte du wärst ein weiterer Raider, dann bin ich erstmal weggegangen von dir lol oh boi oh ich bin tot ja, bitte bei den Kills, ich muss hören was du da hast ja, ich hab auch noch eine Aufnahme vom Wasser vom Backs wurd ich gekillt vom Backs wurd ich gekillt Digga, aber wo standest du? äh, unten die Treppe runter, da beim Wasser also ich hab warte mal kurz ich hab acht Kills für die echten und gerade ist mehr für die echten und gerade ist mehr so, finale der Runde ich hoffe einfach, dass ich ein paar Skepsis höre ich will nicht komplett leer ausgehen vielleicht treffe ich auch jemanden Gott steht mir bei ach Gott steht mir bei ach Gott steht mir bei ok ok Kustoms das kenn ich, wenn ich das noch halbweg ja, das ist dein Ergebnis ah, fick dich doch Backflash Backflash mein Gebiet, ich schaff das ich schaff das da lief grad jemand was oder irgendjemand fuck die haben sich auf jeden Fall schon mal zu umgebracht, glaube ich wahrscheinlich hier rüber Das war's. Nein, ich hab Danny geholt. Ja, ich hab zwei Stips. Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Oh, lol. Okay. Ja, ich geholt. Oh. 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 No, 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 no. Lol. Hallo. Roman hat mich getötet. Okay, einer down. Lass nach. Scheiße, lebt er noch? Kommt doch hier, Wichser, bringt mich doch um. Traut euch, bringt mich um, bringt's zu Ende. Oh mein Gott, ich bin fast deswegen gestorben. Das war scheiße, aber ich hatte Panik. Wer war das? Schwanz, Alter. Hat nichts gemacht, der Arme. Okay, hier liegt jemand. Oh ja, das ist Drip, den ziehe ich an. Der wurde geklatscht. Das ist Kasper. Die haben sich umgebracht, der wurde von irgendjemanden anderem umgebracht, aber von wem? gerecht. So, jetzt aber. Huch, geil. Sous-titrage ST' 501